servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal hier ist wer hätte es gedacht euer g6 und heute haben wir weiter 9.2 news in dem fall geht es um mounts ihr habt richtig gehört coole mounts denn der jailer ist in diesem patch die quelle für tatsächlich mehrere mounts je nachdem auf welchem schwierigkeitsgrad ihr das ding legt auf jeden fall gibt es wieder ein mythic only mount das ist ja bisher seit wie lange schon so solange der jailer aktiv ist bzw aktueller content ist kriegt ihr da zwei mounts raus das gucken wir uns gleich noch an und was wieder mit dabei ist wenn ihr den ahead of the curve erfolg bekommt also wenn ihr vor dem ende der erweiterung den kerkermeister auf hc umboxt gibt es auch wieder ein mount das war beispielsweise in legion so wenn ich mich nicht komplett irre oder war das schon war das noch wod ich meine auf jeden fall diesen elch auf jeden fall das gab es schon mal und es kommt jetzt wieder mit rein finde ich persönlich ganz cool und wir schauen uns erst mal an welches mount für den head of the curve erfolg gemeint ist scheinbar oder vorher war es so dass dieses mount nicht irgendwo aufgetaucht ist und man ging davon aus das kommt vielleicht über dieses protoform synthesis system ist aber scheinbar so wie es jetzt aussieht das mount welches ihr vom jailer hc bekommt hier können wir uns das gute stück mal angucken es soll wohl einer spinne ähneln was ich mal gelesen habe dafür fehlen mir noch ein paar beine ich finde es passt ganz gut in die zone ich finde immer noch diese effekte von den dingern komisch es ist sehr ungewohnt dass das alles so rechteckig ist und nicht so was fließendes flowendes aber whatever was ich auch gesehen habe in einem anderen beitrag dass es wohl möglich ist dass dieses ding fliegen kann ja hätte ich jetzt nicht vermutet aber ja über den model viewer hier von wow hat könnt ihr euch auch die verschiedenen animationen angucken des mounts sofern diese eben ausgelesen wurden von den data meinern ich bin jetzt gerade noch am suchen ob sie irgendwo dieses fliegen gibt hier haben wir noch mal ein special ist das schon eingefügt ja tatsächlich da wollte es sich so ein bisschen zusammen das finde ich tatsächlich immer ganz cool dass man sich hier einfach mal so ein paar sachen angucken kann hier haben wir es mount vielleicht so ah ja das ist das was ich gesucht habe also so sieht das ding wohl aus wenn es fliegt es wimmelt wimmelt es wie trüge ich das denn am besten aus es schwankt ein bisschen von links nach rechts beim fliegen muss ich zum beispiel an den himmels golem denken der das auch so gemacht hat finde ich jetzt nicht so super geil sieht immer aus als wäre das mount drunk kann auch so ein kleines salto looping whatever rolle rolle ist das richtige wort machen ja ich finde es so wenn es fliegt finde ich das mount cooler gefällt mir so eigentlich ganz in ordnung und ja ich denke oder gehe stark davon aus in der vergangenheit war es ja eh immer so dass die endbosse mit der zeit einfacher wurden sei es dadurch ein soth haben wir das ding über corruptions quasi genervt bekommen also ihr konntet immer mehr corruptions tragen so dass die bosse einfacher wurden und auch in vergangenen addons gab es immer wieder mechanismen wodurch die bosse zum ende eines addons die endbosse eigentlich immer einfacher wurden sei es durch direkte nerfs oder durch player power die extrem anstieg also ich denke es wird nicht so super schwierig wenn ihr dieses mount haben wollt da wird es bestimmt auch random gruppen geben wo ihr das machen könnt oder eben für boost gruppen wird das auch wieder das kann ich schon mal sagen ein höchstwahrscheinlich sehr beliebtes fresschen werden oder eine sehr gute einsatz um umsatzquelle so rum kommen wir zum mythic mount das ganze hatten wir schon mal gezeigt damals waren es aber nur spekulationen jetzt ist es tatsächlich bestätigt wir bekommen den zerreth overseer so sieht das gute stück aus mir persönlich gefällt es echt extrem gut ich mag es sehr gerne es sieht futuristisch aus es ist mal was ganz anderes ist es ist ein mehr oder weniger neues model i like it und dazu haben wir noch hier ein video von wow hat wo verschiedene animationen abgebimselt werden könnt ihr euch gerne angucken ich werde jetzt hier nicht alles abspielen das ist meines missens nach die mount special animation das finde ich schon wieder ganz cool also ihr düst damit ganz lässig wie in einer rakete durch die gegend gefällt mir ich mag die optik ich möchte es haben am besten jetzt schreibt mir eure meinung zu den beiden mounts sehr sehr gerne in die kommentare welches wollt ihr haben welches holt ihr euch definitiv und damit danke fürs zusehen lasst sehr gerne ein abo da sofern ihr das noch nicht gemacht habt und auch in zukunft nichts verpassen wollt zum thema 9.2 und so weiter und so fort bis dahin habt einen guten start in die woche reingehauen